Ja, hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist ja auch gerade einfach live event. Man kann sich nicht hitten oder so. Und ja, das ist halt schon irgendwie... Nein, die Scheißerbauung ist ab. Loil Season 2. Typisch. Oh nein, das ist Fake-Nosed ins Wort. Das ist alles Fake-Nosed von Season 3. Oh loil, wie geil. Warte hier, 4, 3, 2, 1. Alter, was passiert? Hilfe! Let's go. Gleich ist weg. Gleich ist weg? Ja, guck mal, es beginnt jetzt. Oh mein Gott! Sollte was passiert? Ich würde nicht gern ganz da vorne sein, ey. Oh loil. Das Ding geht auch. Man muss da rein, glaub ich. Warte, ich geh jetzt nicht so da hin. Weil sonst sieht man irgendwie nicht so alles. Wegen der ganzen Helligkeit und so. Doch, man muss da rein, glaub ich. Echt? Echt jetzt? Glaubst du schon. Also ich geh mal lieber rein. Sieht cool aus. Ben, was weiß ich jetzt hier? Da geh rein, geh rein, geh rein. Oh mein Gott! Loil, das ist wie bei dem Butterfly Event. Ich weiß genau das gleiche. Oh mein Gott, das ist jetzt so geil. Oh mein Gott, der Dinger kann so der Mensch geben. Loil, das ist sozusagen dieser Datenmüll-Ding da. Was? Das ist dieser Datenmülleimer, glaub ich. Achso, dass man entscheiden kann, was die da reinkommt. Ja, könnte ich mir vorstellen. Die MP? Welche MP? Ja, DRAMGUN! Nein, DRAMGUN, oder? Nein, DRAMGUN, oder? Nein, DRAMGUN, oder? Nein, guck mal, jetzt gehen alle auf DRAMGUN. Ey, guck mal, wie viele auf DRAMGUN gehen. Egal, DRAMGUN. Ey, guck mal, DRAMGUN ist viel besser. Guck mal, Alphys und jeder. Hey, lol! Nein, garantiert nicht Flute! Du kannst doch die Challenge machen, die Challenge an Schaden ansteigen. Echt jetzt? Ja, ich glaub, wir wollen uns weiter. Ich glaub, die Schwer, Juga, einfach jeder zu DRAMGUN steht drauf ein. Ja, jeder geht zu DRAMGUN, dude. What the fuck? Ja, geht das einfach mal? Vielleicht das, was am meisten Hitsaprik kommt, gewinnt, glaub ich. Ja, dann geh ich mal zu DRAMGUN. Ja, ich auch. Juga, das hat jetzt schon zig auswitz. Oh nein, kein Flugzeug. Und kein Schwert. Oh, ne, alles. Ich schau mal, Maxi ist bei Live-Event dabei. Ey, ich geh hier zu Takers und Cheetoskala. Hauptsache hier, so alle sind hier beim DRAMGUN. Obwohl, Bouncepits wäre eigentlich auch ganz geil wegen den Noscopes und so. Zwei Stück geht dann nur drauf. Ey, ich glaub, ich geh zu Bouncepits sogar. Jungs, das bin ich ja nicht. Einfach nur wegen Noscopes. Also, es macht viel mehr Spaß im Endgame Noscopes zu machen. Hey, Lukas, guck mal! Das Ding geht immer weiter hoch, dieser lilanen Balken. Ich glaub, der, wo als erstes... Das hat so einen lilanen Balken. Der, wo als erstes oben ist, glaub ich. Ah ja, so! Okay, auf jeden Fall DRAMGUN gewinnt. Also wird DRAMGUN... Der Stein baut grad ab. Und durch den Stein abbau fliegt DRAMGUN gleich raus. Siehst du das? Der zersplittert schon. Ich komm zu DRAMGUN! DRAMGUN, 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 DRAMGUN. Oh, lol. DRAMGUN ist fast frei. Ja, aber ich glaub nicht, dass der, das live wird nur bei einem Spiel. Äh, ich denk, das ist halt nicht nur mit den 100 Spielern hier, sondern... Weil, vielleicht kann das sein, dass es sowas ist, ähm... Das in dem Modus... Das sind ja nicht alle bei der DRAMGUN. Das ist halt in dem Modus so lange... Okay, ist gleich fertig, ist gleich fertig, ist gleich fertig, ist gleich fertig. Ja, ist fertig, ist fertig. Okay, was passiert? Alle gehen erst weg. Alle gehen weg. Oh, lol. Ja, das passiert ja. Oh, jo, alle fliegen! Ja! Jo! Hell! Weiß... Komplett Whitespeed. In der Karte ist nichts passiert. Ja. Warte, Vulkan! Warte, Vulkan! Warte, Vulkan! Beim Vulkan pass... Ja, oh mein Gott! Nein! Ich hab' den größten... Ich hab' den größten... Leiter fast! Scheiße! Please tell it! 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 Digga! Jo, stimmt! Nein! PoC! Nein! Weetel! Nein! Tilded! 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 Das getilded! Das getilded! Ja, ich glaub'... Nein! Shifty? What? Ich glaub Greasy, Greasy kommt glaub ich zurück, weil es schmilzt. Nein, es kommt noch was, Junge. WTF? Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Oh, du Scheiße, Tilden! Tilden, tschüss! Alter! Haha, Tilden! Oh shit, Tilden ist komplett zerstört! Oh shit! Oh mein Gott, wie geil! Ey, lass er... Oh mein Gott, Tilden! Haha! Hauptsache, ein Gebäude steht noch! Oh mein Gott, Tilden! Tilden! Das ist ja komplett down! Du arme Schauer! Junge, das ist so geil! Ich mach das in slow... Ich glaub, ich mach das in slow, wie das alles auf Tilden eingecrasht. Ah! WTF, wie geil! Aber nicht Retail! Ja, Tilden ist geil! Retail ist auch schon geil! Ja, wow! Haha! Oh mein Gott, alter Tilden! Warte, beginnt da noch was? Es kommt doch mal was, glaub ich! Ah ja! Wie süß Gott! Junge... Ah, Umwelt, alter! Ja, Umwelt! Juchze, Umwelt! Aber ich glaub echt, dass Quisi schmilzt! Aufschmilzt vielleicht! Vom schmilzt! Ja, auf geht halt! Leute, erste Runde, also sorry! Das war's auch mit dem Leifenband! Jo! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! 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 Tschüss!